Vergiss die guten Vorsätze, sondern komme gleich ins Tun. Hallo, mein Name ist Thomas Gleitz und ich wünsche dir selbstverständlich ein gesundes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr und natürlich ein erfülltes Herbst. Jetzt ist ja so traditionell die Zeit, wo es wichtig ist, ob die guten Vorsätze in Erfüllung gehen oder ob es wieder nur bei den Vorsätzen geblieben ist. Mein Thema ist selbstverständlich nicht, wenn du mich kennst, aber auch wenn du mich nicht kennst, erzähle ich es dir kurz. Mein Thema ist nicht, wie du abnehmen kannst. Mein Thema ist nicht, wie du mit dem Rauchen aufhörst oder sonstige Probleme, die du gelöst haben möchtest. Mein Thema ist, wie du im Jahr 2014 mehr Geld verdienst, mehr Erfolg im Network Marketing hast, mehr Erfolg im Internet Marketing hast und das sind meine Themen, die ich dir bieten kann. Wenn du auch einer derjenigen bist, die gern mehr Geld verdienen möchten und vielleicht schon im Network Marketing tätig sind, also dort auch mehr Erfolg haben möchten oder vielleicht versuchst du über das Internet Geld zu verdienen, aber das klappt nicht so richtig, du möchtest endlich auch mehr Erfolg in diesem Bereich haben, dann lass es uns doch einfach gemeinsam tun. Ich habe ein Projekt gestartet, was genau darauf ausgerichtet ist. Es nennt sich, dass wir gewinnt und wir steht natürlich für uns zusammen, die Partner, die mit uns zusammenarbeiten möchten, die mehr Erfolg in ihrem Bereich haben möchten und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Hier unter dem Video, in der Videobeschreibung findest du einen Link. Dort auf die Seite kannst du gehen, dir ein kurzes Video anschauen, was wir gemacht haben. Du kannst dann deine Daten hinterlassen und bekommst dann weitere Informationen, selbstverständlich völlig kostenlos und unverbindlich. Und egal, wie du dich entscheidest, wie dein Jahr 2014 aussehen soll, ich wünsche dir das erfolgreichste Jahr, was du jemals gehabt hast. In diesem Sinne, ich freue mich, dich zu sehen, dein Thomas Kleitz.